ventura urban oder ventura 540d heute kümmern wir uns um die frage welches dieser beiden modelle passt eigentlich besser zu mir und wenn ihr euch schon immer gefragt hat was sind eigentlich die unterschiede und vor allem die vor und die nachteile dieser beiden modelle dann bleibt gerne dran herzlich willkommen zu einem neuen video von rocket camper mein name ist steffi und ich zeige euch heute die unterschiede beziehungsweise die vor und die nachteile von unserem ventura urban und unserem ventura 540d von den außenmaßen her und damit von der alltagstauglichkeit unterscheiden sich die beiden fahrzeuge hauptsächlich in der höhe in der länge ist der urban nur 20 zentimeter kürzer als der 540d was man vielleicht auf den ersten blick gar nicht vermuten würde die höhe allerdings ist schon wesentlich unterschiedlich was allerdings hauptsächlich in den tiefgaragen zum tragen kommt ja und dann schauen wir mal rein ins fahrzeug so hier sind wir jetzt im ventura urban wie man sieht der klassische camper van grundriss wie man ihn vom vw bulli eigentlich schon kennt wir haben hier eine gemütliche zweiersitzbank drehbare fahrer und beifahrersitz damit man hier eine gemütliche lounge bekommt mit einem stabilen und großzügigen tisch hier haben wir zwei kochfelder hier haben wir noch ein waschbecken mit wasserhahn einen praktischen kühlschrank der von oben beladen wird hier ist es hier ist die leistungsstarke dieselheizung angebracht und natürlich unser bordcomputer mit den ganzen anschlüssen die man so braucht und wenn ich jetzt die sitzbank umklappe dann kann ich hier sogar schlafen so mit wenigen handgriffen haben wir jetzt hier unsere lounge ein gemütliches schlafzimmer gebaut und haben hier eine liegefläche von 1 meter auf 1 meter 85 und mit dem passenden topper wird es richtig gemütlich hier oben haben wir noch staufläche hier ist noch ein schrank der ganz praktisch ist hier haben wir noch einen schrank und im hinteren bereich haben wir noch einen schrank ja also ganz viel funktionen auf kleinem raum zusätzlich zu dem klappbett hat der ventura urban ein serienmäßiges aufstelldach mit einer zusätzlichen liegefläche von zwei meter auf 1 meter 10 so das war der urban und jetzt nehme ich euch mit in den ventura 540d so hier befinden wir uns jetzt im ventura 540d wie man auf den ersten blick erkennen kann der klassische campingbus grundriss hier vorne die sitzgruppe sehr großzügig schönes helles dekor neben mir ist die küchenzeile in der schiebetür hinter mir das variobad mit dusche mit toilette mit aufklappbarer tür für noch mehr platz und im heck hinten das komfortable querbild mit 1 meter 40 auf 1 meter 94 schlaffläche so ja wie man sieht haben wir hier einen richtig tollen campingbus in dem man sich frei bewegen kann wir haben alles was das camperherz begehrt wir haben eine leistungsstarke heizung mit warmwasser aufbereitung ein vollwertiges bad mit innendusche eine großzügige küche eine tolle lounge wo man sitzen kann ein tolles bett im heck was in dem fall sogar auch noch ein hubbett ist zeige ich euch gerade mal und jetzt haben wir natürlich noch einen wahnsinnigen stauraum in der garage wo man wirklich alles mitnehmen kann was man braucht nun zu unserem fazit wir haben hier zwei tolle fahrzeuge von van tourer beide sind für vier personen geeignet auch in diesem fahrzeug hier im van tourer 540d habe ich die option auf dem schlafdach das rocket roof das heißt auch hier kann ich am ende wenn ich das möchte zu viert bequem übernachten ja welches fahrzeug ist denn jetzt das richtige für mich suche ich einen pkw in dem ich ab und zu mal übernachten kann oder suche ich ein vollwertiges reisemobil mit dem ich richtig viel unterwegs sein kann und richtig in urlaub fahren kann und vielleicht ist die tiefgarage dann im alltag auch gar nicht mehr so wichtig wir haben beide modelle hier bei uns in remshallen stehen wenn ihr vorbeikommen wollt freuen wir uns dann könnt ihr euch beide anschauen und ausprobieren welches besser zu euch passt ja wenn euch das video gefallen hat dann lasst uns gerne ein abo da und besucht uns auf unserem kanal da gibt es viele andere infos und videos zu unseren fahrzeugen zum van tourer urban natürlich zum rocket roof zu unseren anderen modellen wir freuen uns auf euren besuch bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal